Sleepers wake, dreams will fade, although we cling fast, was it real, what we saw? Kapitel 17 Die Stunde der Rache Ein Moment lang herrschte Stille. Wir starrten alle zu diesem Pokémon, zum dunklen Rächer, zu Floing. Er starrte in die Leere und sagte nichts. Latias war die Erste, die versuchte, sich ihm anzunähern. Floing, bist das wirklich du? Bist du wirklich... Weshalb seid ihr hier? Wollt ihr mich verhöhnen? Latias schreckte zurück. Was, wie... Ich weiß es genau. Ich habe alles gesehen. Alles, was mit dieser Welt geschehen ist. Und ich werde nicht zulassen, dass ihr diese Welt wiederbelebt. Wir alle waren geschockt. Wir halten Giratinas Worte im Ohr. Legt euch nicht mit seiner Macht an! Er hatte gewusst, was hier vorfallen würde. Was redest du da, Floing? Du hörst doch zu uns. Wir wollen dieser Welt helfen. Wir wollen ihr etwas Gutes tun. Spart euch diese Ausreden. Ich habe alles gesehen. Ihr habt mir geschworen, diese Welt zu beschützen. Mir und dieser Sam habt ihr es geschworen. Wie lange hat diese Welt überlebt, nachdem ich es in eure Hände gegeben habe? Eine Stunde? Zwei? Ihr habt mir bewiesen, dass ihr unfähig seid. Solange Pokémon wie ihr eine Welt beschützen sollen, ist es das Beste für sie, nicht zu existieren. Solange sie tot ist, kann niemand sie töten. Ich kann es mir nicht noch einmal antun, diese Welt sterben zu sehen. Und ich werde alles dafür tun, es nicht zu müssen. Ein Moment kehrte Stille ein. Darkrai war derjenige, der es für klug hielt, sie zu unterbrechen. Dieses Mal hast du Unrecht, Floing. Diese Welt verdient eine zweite Chance. Und wenn wir es schaffen, einen Feind wie die Determination zu stoppen, dann kann niemand dieser Welt noch etwas anhaben. Sie hat dir ebenfalls eine zweite Chance gegeben. So wie du sie nun dieser Welt geben solltest. Ich meine, wenn sogar ich mich auf eure Seite stelle, dann muss es ein sehr guter Zweck sein. Du hast nicht das Recht zu sprechen. Du bist nur hier, weil du eine zerstörte Welt nicht tyrannisieren kannst. Du hast mir meine Identität genommen. Du hast die Zerstörung durch die dunkle Macht ausufern lassen. Du bist der Letzte, der das Recht hat, hier zu reden. Die Letzte, die ihr Glück versuchte, war Latias. Bitte, Floing. Ich weiß, das bist nicht du. Denk dran, was dieser Samen hier zu sagen würde. Ich bin mir sicher, er wird in diesem Moment auch hier sein. Auch wenn wir ihn nicht sehen oder hören können. Du lügst! Er war nie hier. Mit dieser Welt ist auch er verschwunden. Dadurch, dass ihr diese Welt habt sterben lassen, habt ihr auch ihn verschwinden lassen. Das werde ich euch nie verzeihen. Seine Schatten brannten in einer immensen Form. Doch loderten sofort wieder niedriger. Ihr beiden, das dieser Samen und das Scheinuchs. In diesem Moment verspürte ich eine so große Angst wie nie zuvor. Doch ich wusste, ich dürfte es mir nicht anmerken lassen. Was willst du von uns? Ihr beiden steht stellvertretend für alle fünf aus eurer Welt. Ihr seid bloß Kinder. Ihr seid in eine Schlacht hineingezogen worden, die nicht eure ist. Ihr wurdet belogen und geködert. Euch trifft keine Schuld an diesen Ereignissen. Ich kann euch alle nach Schmuckstaat bringen. Dort könnt ihr euer normales Leben weiterführen oder ein neues beginnen. Ihr könnt genau das erhalten, was ihr euch nach eurem Sieg erträumt habt. Ihr entscheidet euch für euer gesamtes Team. Nehmt ihr mein Angebot an? Scheinungswegte unsicher. Und was wirst du mit dieser Welt tun, wenn wir annehmen? Das einzig Sinnvolle. Ich werde diese Fehlgeleiteten in den endlosen Erbiss verbannen und den friedlichen Schlummer der Materie wahren. Ich werde dieser Welt ihren letzten Wunsch erfüllen. Bevor überhaupt irgendjemand von den anderen reagieren konnte, sprach ich schon aus, was ich hoffte, was sie alle dachten. Vergiss es. Daikai hat uns belogen. Das stimmt. Doch es ändert nichts an unserem Ziel. Wir sind alle freiwillig losgezogen, um diese Welt wieder zu beleben. Egal, ob es nun unsere ist oder nicht. Für dieses Ziel haben wir zu viele Herausforderungen bestanden und viele Qualen erlitten. Wir haben Schlachten geführt, um dieses Team hier auf die Beine stellen zu können. Und selbst die Determination haben wir besiegt. Da werden wir jetzt nicht unverrichteter Dinge abziehen. Es tut mir leid, falls irgendjemand von meinen Freunden nicht einverstanden ist. Aber das ist das Einzige, was ich wählen kann. Die Flammen, die im dunklen Rächer brannten, verschwanden für einen Moment vollständig. Seinem Gesichtsausdruck nach war er vollkommen überrascht. Was? Du? Die Flammen schossen wieder hervor. Erneut so stark wie vor seinem Angebot. Du wagst es, meine Gnade abzulehnen. Du widersetzt dich einfach. Was denkst du, wer du bist? Ich verspürte noch mehr Angst als zuvor. Ich war mir sicher, er würde gleich endgültig die Beherrschung verlieren und mir ein schnelles Ende bereiten. Doch es geschah etwas anderes. Wir glauben nicht, wir wissen. Wir wissen, dass wir dieser Welt das Leben schenken wollen. Und das würde uns nicht aufhalten lassen. Wir wollen der Welt eine verdiente zweite Chance geben. Jeder verdient eine zweite Chance. Ich habe selber die Erfahrung damit gemacht. Aber du nutzt deine zweite Chance nicht. Was denkst du denn selber dabei? Denkst du, dass es dir nichts gebracht hat, ein Held zu sein? Dass es dir deswegen mehr bringt, ein Feind zu werden? Oder willst du dein wahres Selbst zeigen? Deine andere Hälfte. Den Teil von dir, den du dir selber verschweigst. Diese Kinder mögen nicht die Stärksten im Kampf sein. Doch ihren Willen kannst du nicht brechen. Dafür reicht deine Macht nicht. Niemandes Macht reicht dafür. Diese Welt wird leben. Und ihre Bewohner mit ihr. Du hast die Chance, diesen Krieg zu beenden. Du kannst das ruhige Leben führen, das du dir immer gewünscht hast. Jeder hier würde dich in unserer Mitte aufnehmen. Du musst nur wieder der werden, der du warst, als du gegangen bist. Und wenn du dich weigerst, dann tut es mir leid, aber wir werden nicht aufgeben. All meine Freunde versuchten mit mir zusammen, Flöng davon zu überzeugen, dass es keinen Grund für einen Kampf gab. Wir alle glaubten an das Gute in ihm. Zu Unrecht. Er wirkte einen Moment lang schockiert. Doch sein Ausdruck änderte sich schnell wieder. So, so. Ihr seid eine entschlossene Gruppe. Und ihr beiden führt sie also an, Wisasam und Scheinux. Na dann. Echte Flammen schossen aus dem Boden. Sie formten einen Kreis um mich, Scheinux und Flöng. Dann werdet ihr stellvertretend kämpfen. Wenn es euch so ernst ist, diese Welt zu retten, beweist es mir. Wer nämlich besiegt, wird diese Welt leben. Aber denkt nicht, dass ich das zulassen werde. Ich kämpfe bis zum bitteren Ende. Bis zu eurem Ende. Alles geschah vor meinen Augen so schnell. Die Flammenwand bildete sich. Flöng beendete seine Ansprache und griff uns an. Ich hörte auf der anderen Seite der Flammen meine Freunde rufen. Manchmal sah ich auch kurz hindurch. Ich erkannte, dass Ivi, Semups und Hydropi verzweifelt und vor allem vergeblich alles versuchten, um das Feuer zu löschen. Darkrai versuchte durch die Flammen hindurch zu attackieren, jedoch prallten seine Geschosse ab. Der dunkle Rächer selber hatte sich seine Todesarena genauso aufgebaut, wie es für ihn am besten war. Kreisrund, nur ragten Feuersäulen an verschiedenen Stellen aus dem Boden. Ihn schmerzten diese nicht, mich und Scheinux hingegen nicht zu knapp. Zudem konnte er sie nutzen, um sich in ihm zu verstecken. Zusammen mit seiner Teleportationsfähigkeit war dies ein absolut unfairer Trick. Er verschwand in einer der Säulen und in der nächsten Sekunde mussten wir im Angriff aus der nächsten ausweichen. In diesem Moment hätte ich mir nichts lieber gewünscht, als wieder an der Front gegen die Determination zu stehen. Unsere Attacken hatten es schwer, ihr Ziel zu finden oder realistisch gesagt war es unmöglich. Keiner unserer Angriffe traf irgendwie in die richtige Richtung, da Flöng sofort als Folge auf sie verschwand. Gleichzeitig war es vor allem für mich so gut wie unmöglich, den Attacken zu entrinnen. Scheinux mit seiner Geschwindigkeit schaffte es öfter, jedoch half ihm dies nicht. Dafür, dass Flöng ihn kaum traf, fing er viele Schläge ab, die eigentlich für mich vorgesehen waren. Mit dem Wissen, dass ich kaum einen von ihnen überstehen könnte. Der Kampf war kaum 10 Minuten gegangen, als ich bereits jede Hoffnung verloren hatte. Das Schicksal hatte tatsächlich gewollt, dass ich verschwinden würde. Zusammen mit allen, denen ich während diesem Abenteuer friedlich begegnet war. Es war nicht gewollt, dass diese Welt lebte. Und das Schicksal hatte nie gewollt, dass wir unser Versprechen an unsere Freundin der Gilde halten können. Wir würden hier sterben. Sie würden nie wissen, was mit uns geschehen war. Auch Scheinux bemerkte meine Hoffnungslosigkeit, die inzwischen jeden, außer Flöng natürlich, befallen hatte. Jedoch hatte er die Hoffnung noch nicht komplett verloren. Er hatte noch eine Idee. Eine Idee, von der er genau wusste, was sie bewirken würde. Stopp! Aufhören! Sofort! Tatsächlich stoppte Flöng für einen Moment. Ach, bekommt ihr jetzt etwa kalte Füße? Es ist zu spät für euch, um Gnade zu erwarten. Ich erwarte keine Gnade. Ich habe ein Angebot. Du willst mir ein Angebot machen, dass ich nicht lache. Komm schon, Spuck aus! Wenn du willst, dass deine letzten Worte ein schlechter Scherz sind, geht das in die Geschichte ein. Ich weiß, warum du hier bist, Flöng. Du willst deine Rache. Du willst Rache für das Unrecht, das dir widerfahren ist. Aber weshalb lässt du diese Wut an den unschuldigen Pokémon deiner Heimatwelt aus? Ich ahnte bereits, worauf er hinaus wollte. Nein, Scheinux! Lass es! Bitte! Es tut mir leid, Bulbi, aber es ist die einzige Möglichkeit. Also, Flöng, wie wäre es? Du bekommst die Rache, auf die du seit Jahren wartest. Und dafür lässt du meine Freunde gehen. Und diese Welt leben. Flöng wirkt ihr überrascht und harmonisiert. Du denkst, es wäre für mich eine Rache, dich auszuschalten? Was denkst du denn? Ich kenne dich nicht mal. Du hast nichts mit meinem Leid zu tun. Du bist nicht der, an dem ich mich rächen will. Du stehst mir einfach im Weg. Flöng, dass heute schon so viel von einer zweiten Chance gehört, Flöng. Und ich gehöre zu den Glücklichen, die eine von ihnen erfahren durften. Ich war nicht immer Scheinux. Ich war nicht immer ein gutes Pokémon. Ach, was willst du mir denn damit sagen? Wie, erkennst du mich immer noch nicht? Auf Scheinux' Gesicht erschien ein seltsames Grinsen. Etwas, das ich gar nicht von ihm kannte. Das ist eine Schande. Bei unserer letzten Begegnung hast du mich noch deinen Lieblingsverräter genannt. Einen Moment lang geschah nichts. Flöng startete Scheinux an. Du, du lügst. Du kannst nicht er sein. Nick Schochmer würde sich selber nie für etwas Gutes in Gefahr bringen. Wenn du es wärst, hättest du mir das jetzt nicht erzählt. Oh doch, ich sehe die letzte Chance, meine Fehler wieder gut zu machen. Denn, wie habe ich so schön immer früher gesagt? Ich bin kein Narr. Die Flammen um uns herum verschwanden. Hinter ihnen starten ebenfalls vier Pokémon fassungslos auf Scheinux. Lord Ecke, Hydro, Pi, Latias und Latios. Scheinux sah zu ihm. Es tut mir leid, dass ich euch nichts davon gesagt habe. Das ist der Grund, weshalb Darkrai mich für diese Mission ausgewählt hat. Wegen meiner Vergangenheit als Nick Schochmer. Ich hab mich nicht getraut, es euch zu verraten. Es kehrte ein weiteres Mal Stille ein. Floreng starrte Scheinux immer noch mit hasserfülltem Blick an. Auf einmal schossen eine riesige Menge Schatten aus ihm heraus. Mitten auf Scheinux. Die Gegend wurde dunkel. Es war wie eine Staubwolke, nur eben aus Schatten. Ich starrte schockiert dorthin, wo eben noch Scheinux gestanden hatte. Wo nun nur noch eine Wolke war. Scheinux? Floreng atmete schwer. Doch langsam begann er zu lachen. Du, du hast endlich bekommen, was du verdienst hast. Du wirst schon an allem. Wenn du nie in mein Leben gekommen wärst, dann wäre alles gut geworden. Alles! Nun sah er zu uns. Und jetzt ist es Zeit, den Schlaf dieser Welt ewig werden zu lassen. Und euren mit ihr. Er griff wie aus dem Nichts an, mitten in meine Richtung. Ich war zu überrascht, um zu reagieren. Und gleichzeitig wollte ich es auch nicht. Kämpfen hatte keinen Sinn mehr. Meinen besten Freund hatte ich verloren. Es hatte einfach keinen Sinn mehr, um mein Leben zu kämpfen. Doch in dem Moment, in dem ich mit dem Aufprall der Attacke rechnete, stellte sich etwas in den Weg. Es war ein Pokémon. Es fing Florengs Attacke für mich ab. Dies Pokémon war vor einem Moment noch nicht hier gewesen. Es war größer als alle anderen Pokémon, die sich derzeit in der zerstörten Welt befanden. Sein Körper reflektierte das bisschen Licht, was die Reste der Materie ausstrahlten. Das Pokémon schwebte vor mir. Ich erkannte es von einem der Bilder aus Florengs Tagebuch. Es war Necrozma. Du wirst diese Welt nicht zerstören, solange ich lebe. Floreng wirkte schockiert. Wo kommst du, Verräter, her? Hat das Schein uns etwa doch gelogen? Nein, ich lüge nicht. In diesem Leben. Du hast mir selber geholfen, meine wahre Form zurückzuerlagen. Ich wusste, ich müsste genug Schatten abbekommen, um meine Schattenseite ans Licht zu bringen. Floreng, ich fordere dich heraus. Erneut. Sein Gegenüber schien nicht zurecht, mit der Situation zurechtzukommen, nahm jedoch trotzdem an. Du bist naiv. Ich hab dich bereits einmal besiegt. Damals hattest du die Macht der Finsternis, deine Ultraform und warst unverletzt. Anders als jetzt. Ich hingegen habe dieselbe Macht wie letztes Mal. Und dieses Mal noch reinzornen. Wir können ruhig deinen letzten Kampf wiederholen. Meinetwegen hatte ich letztes Mal diese Vorteile. Doch eine Sache ist anders. Mein Wille ist nun eisern. Früher konntest du ihn mit einfachen Worten brechen. Zudem, dieses Mal bin ich in diesem Kampf der Gute. Und das Gute gewinnt immer. Du wirst nie einer der Guten sein. Du bist und bleibst Abschaum. So begann die wahrlich letzte große Schlacht unseres Abenteuers. Dinh January 2019. Es ist jetzt auch eine Auswahl Hatta. Und ich bin es. Und ich bin es etwas glückliches. Und ich habe wiederectoriert. Ich hatte wiederkur tiret. Musikこの Gr prestigious absolatisch. Hoffentlich war das. Und ich bin ja... Schreiberinas.